Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und heute gibt es mal wieder ein paar News zu berichten zum Euro Truck Simulator 2 und dem Black Sea DLC und heute geht es in die Türkei. Nur der europäische Teil wird bei dem DLC abgebildet, aber was nicht kommt, kann noch werden. Ja, also ob wir dann richtig mal die Türkei bereisen können, ja dann wird es wahrscheinlich wieder die Stimmen geben, das ist ja dann kein Euro Truck Simulator mehr. Ja, ja, geht nach Hause zu Mutti. Ja, wir werden aber jetzt erstmal die Bilder angucken, SCS hat wieder sieben Bilder rausgehauen, weil, ja, die türkische Community ist natürlich eines der größten, gerade die Mod-Community sehr, sehr aktiv, kann auch manchmal ziemlich schwierig sein, aber das ist ein anderes Thema. So, was sehen wir denn hier? Wir sind hier auf jeden Fall, es sieht schon ein bisschen anders aus, die Autobahn hier hinten, eine riesengroße Raststelle und überall die türkischen Fahnen, ne, die sind ja stolz auf ihr Land und können sie ja auch, ne, ja, schöne Landschaften und die Türkei hat natürlich auch eine bewegende Geschichte, ja, ob es nur die Osmanen oder das Römische Reich war oder Hannibal und ach, wie auch immer die alle hießen und der große Artier Maximus. Ja, wie wir sehen, sehen wir auch, dass wir unbefestigte Straßen fahren, das bedeutet nicht, dass die Türkei noch nicht so weit ist, aber ich liebe solche Straßen. Man sieht hier nochmal das Schwarze Meer, Boote werden wir transportieren und das ist auf jeden Fall auch ein Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Die Weitsicht vor allem, ja, sehr, sehr hübsch von der großen Stadt Istanbul werden wir hier wahrscheinlich noch gar nicht so sehen oder heißt es doch Konstantin, Konstantinopel, also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr noch irgendwas seht hier auf den Bildern, ja, das könnt ihr, hier steht schon mal Istanbul, ob das schon Ausläufer der großen Metropole sind und wir dann Richtung Bosporus fahren, naja, mal schauen. Ja, hier sind noch kräftig am Bauen, wahrscheinlich wird hier noch eine Autobahn, so wie das aussieht, noch erweitert und deswegen ist hier erstmal, ja, alles auf einer Fahrbahn generiert und hier sehen wir nochmal schönes blühendes Leben. Man merkt schon, andere Vegetationen, die hier stehen, was könnten das für Bäume sein? Ja, dann ab in die Kommentare. So, das soll jetzt erstmal gewesen sein, ich wollte euch nur ganz kurz die ersten Bilder von der Türkei sagen. Sieht man hier zum Beispiel, sieht man jetzt nicht, gucken wir mal, ob wir da irgendwie was erkennen an den Nummern schildern, nee, kann ich jetzt leider nichts erkennen. Gucken wir mal. Das sieht irgendwie aus wie russische Kennzeichen hier, C5012. Naja, gut, die Türkei und die Russen, die arbeiten ja auch gerne zusammen. So, das soll es gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die ersten Bilder findet, ich finde durch ein oder andere schon sehr interessant, aber die werden natürlich noch nicht alles raushauen. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, die ersten News hier auch von der Türkei, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und was ihr euch auf jeden Fall noch wünschen würdet. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bye bye.